Musik Störte, Störte, moin, sag mal, wie kann denn das sein, dass so viel Geld aus unserem Sportglas verschwunden ist? Ja, das ist ganz einfach. Ich habe mir eine niegelnagelneue Kasse gekauft für den Konsum. Ja, aber die alte war doch noch gut gewesen. Ja, aber die neue hat Internet drin. Da habe ich Facebook drauf und Instagram und Twitter und Telegram. Für Telegramme braucht man jetzt auch schon Internet? Das ist eine App zum Schnacken. Du willst mit deiner Kasse reden? Mensch, nee, ich will meine neuen Produkte über die sozialen Medien bekannter machen. Und meinst, die Leute kaufen denn mehr ein? Ja, klar. Du, das gibt es neuerdings sogar als Beruf für C-Promis, die nach dem Dschungelcamp keine Aufträge mehr gekriegt haben, ne? Vermeintlich bekannte Leute hier fotografieren sich mit irgendwelchen Produkten und bekommen danach was geschenkt, du. Oh, und du willst das jetzt auch machen? Meine Schwester, ein berühmtes Internetprodukte-Model. Influencer heißt das. Kannst du ja auch mal für deine Kneipe holen, du, ne? Bist du bescheuert? Wieso? Vielleicht wird dein Bier denn auch mal berühmt, du. Tolle Berühmtheit. Von Else seinem Bier kriegt man Flitzekacke. Was soll das denn für ne Werbung sein? Nein. Wie? Was willst du von mir? Naja, du Döspaddel. Ich kann doch mit Influencer nicht in der Kneipe stehen und servieren. Da hol ich mir ja das Gesundheitsamt an den Hals. Else, Influencer! Brauchst gar nicht versuchen, das jetzt Lateinisch auszusprechen, du. Mit Grippe wird nicht gearbeitet. Punkt. Oh, nee, du. Also das kannst du jetzt auch wieder nicht ausdenken, du, ne? Das muss ich gleich twittern, du. Bis zum nächsten Mal.